Hey Leute, was geht ab? Ich bin's, willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch einfach nur frohe Weihnachten wünschen und sorry, dass in den letzten Tagen gar nichts kam. Das lag vor allem daran, dass Feiertage waren oder jetzt noch sind. Und ja, da möchte ich mich natürlich mit der Family verbringen, auch wenn ihr natürlich auch ein gewisser Teil meiner Family seid. Und deswegen möchte ich diese Zeit einfach nur nutzen. Frohe Weihnachten möchte ich euch allen nur wünschen. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Fest und genießt die Zeit mit eurer Family. Und ja, bald geht's wieder weiter mit neuen Unboxings, Fazits und und und. Ich hab da so einiges auf Vorrat. Wie gesagt, es geht bald los. Und ja, ich wollte euch einfach nur die Zeit nutzen und sagen, frohe Weihnachten. Und ja, ich denke, wir sehen uns, sagen wir mal, zu 99% sehen wir uns dieses Jahr nochmal wieder. Also ich werde dieses Jahr auf jeden Fall noch ein paar Videos raushauen. Und ja, also vor Silvester sehen wir uns auf jeden Fall nochmal. Ich plane so in den nächsten Tagen, dass da ab dann wieder täglich kommt. Wie gesagt, jetzt halt die Feiertage. Und da möchte ich halt ein bisschen bei meiner Family sein und die Zeit genießen. Und da keine Videos aufzunehmen, schneiden, rendern und hochskalieren und sowas halt. Aber das mache ich immer noch gerne. Werde ich auch immer tun. Und deswegen, ja, wollte ich diese Zeit einfach nur nutzen. Dieses kleine kurze Video, was ihr im Hintergrund seht, ist übrigens Sonic Forces für Switch. Ich wollte einfach nur die Zeit nutzen und euch sagen, ja, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, meine liebe Anoponenten. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder hier auf meinem Kanal, wenn es dann endlich wieder losgeht mit Gameplay. Let's Shows, Let's Plays, Unboxings und Fazits und vieles mehr. Danke fürs Zusehen, bis dann und ciao. Frohe Weihnachten euch allen. Ich hoffe, ihr konntet gut feiern. Und ich weiß, ich sage es oft, einmal sage ich es noch, frohe Weihnachten.